Moritz Zim bei mir. Dein Bruder hat eine sensationelle Partie gespielt, du hast es ja angeschaut. Wie war es denn aus deiner Sicht? Ja, es war super, er hat super gespielt. Ich habe das Glück gehabt, dass es heute ein bisschen besser gespielt hat, weil er nach Konditionen muss noch viel üben. Weil er ziemlich jetzt noch müde ist, glaube ich, wegen seiner schweren Krankheit. Aber vom Spielen her war das super heute. Wie ist denn das, wenn du als Bruder zuschaust? Bist du da unglaublich aufgeregt oder konntest du da anfeuern? Wie war das aus deiner Sicht heute? Ja, man ist also beim 5-0 da, da war ich dann am meisten nervös. Dann hat alles zittert, die Füße wurden steif und so. Also das war dann schon, aber vorher ist es gegangen. Morgen geht es weiter. Hast du ein gutes Gefühl für morgen bei ihm? Ja, also er hat heute hier in Melzer gewonnen. Ich glaube, da hat er auch ein gutes Gefühl und ich schaue mal, was er noch schaffen kann. Das weiß ich eigentlich nur eher. Moritz, super. Vielen, vielen Dank und viel Spaß morgen beim Anfeuern. Du bist wieder dabei, oder? Ja, ich bin wieder dabei. Super, danke dir. Okay.